Ihr habt alle nicht die leiseste Ahnung, wie ernst es mir ist, wenn ich sage, die Tricks der Polizei, wenn ich sage, immer die Aussage verweigern und wenn ich insbesondere sage, macht keine freiwilligen Maßnahmen der Polizei mit. Die Lage ist ernst. Und ich sehe es an den Kommentaren unter meinen Videos, die Einstellung ist schon falsch. Wenn ich als freier Bürger auf deutschen Straßen unterwegs bin und ich werde von der Polizei gefragt, ja, darf ich mal Ihren Rucksack durchsuchen oder jetzt bitte mal den Ausweis herzeigen und ich frage nach der Rechtsgrundlage, sage, warum wollen Sie das tun? Denken Sie, dass in meinem Rucksack irgendwelche verbotene Gegenstände drin sind? Auf welcher Rechtsgrundlage führen Sie gerade diese Maßnahme durch? Dann erhalte ich Kommentare unter meinen Videos, ja, da kann man sich doch diese eine Minute Zeit nehmen, lieber lasse ich die mal eine Minute nachschauen, anstatt dass ich dann ein, zwei Stunden von der Polizei drangsaliert werde. Und der Polizei die Zeit raube. Ich muss doch die Polizei nicht schikanieren. Ja, klar, natürlich muss ich die Polizei nicht schikanieren und ich kann alle freiwilligen Maßnahmen mitmachen. Ich kann freiwillig meinen Rucksack durchsuchen lassen, kann mir freiwillig in die Unterhose langen lassen, kann freiwillig mein Handy, meine Chatnachrichten durchlesen lassen. Aber warum sollte ich das tun? Das Wichtigste in diesem Staat ist nicht, dass die Polizei den nächsten Kiffer festnimmt, dass die Polizei den 10-Euro-Ladendieb festnimmt oder bei jemandem irgendwelche verbotenen Gegenstände vielleicht einen Schlagring im Rucksack findet bei einem 15-Jährigen, sondern das Allerwichtigste im deutschen Rechtsstaat ist das Grundgesetz und sind die Menschenrechte. Und eines der wichtigsten Menschenrechte, Grundrechte, wenn nicht das Wichtigste, ist Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die allgemeine Handlungsfreiheit. Es ist das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt nicht, dass ich mir morgen Haare wachsen und diese blau färben lassen kann oder dass ich mir als Mann einen Rock anziehen kann, wenn ich möchte, sondern freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt auch, ich habe ein Grundrecht darauf, von staatlichen Eingriffen frei zu bleiben. Ich habe als Mensch, als Bürger diesen Landes das Recht, dass ich keine Eingriffe des Staates dulden muss, die nicht einen konkreten Grund haben. Und wenn ich auf deutschen Straßen unterwegs bin, dann muss ich mich nicht von der Polizei fragen lassen, warum die jetzt nicht meinen Rucksack durchsuchen dürfen und warum die jetzt nicht mein entsperrtes Handy, meine Chatnachrichten lesen können, weil sie zwei Joints in meiner Tasche gefunden haben, sondern ich muss die Polizei fragen dürfen, warum wollen sie das tun? Gibt es einen Verdacht gegen mich? Und wenn es keinen Verdacht und keine Rechtsgrundlage vielleicht einen richterlichen Beschluss gibt, dann habe ich gefälligst das Recht in Deutschland, von staatlichen Eingriffen und von staatlicher Kontrolle frei zu bleiben. Auch wenn ich im Straßenverkehr mit dem Auto unterwegs bin, dann kann die Polizei zu Recht allgemeine Verkehrskontrollen durchführen. Heißt, ich kann prüfen, ist mein Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen, ist mein Fahrzeug verkehrssicher, bin ich in einem verkehrstüchtigen Zustand, aber nur weil ich jetzt vielleicht männlich und unter 22 bin und vor fünf Jahren mal einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in der Polizeiakte hatte, ist das zum Beispiel kein Grund, dass die Polizei sagt, okay, ja, das ist ein junger Mann im Auto, da brauchen wir jetzt eine Urinprobe. Bitte, bitte Urinprobe. Und dann muss ich mich als Fahrer und als Bürger dieses Landes nicht rechtfertigen, wenn ich sage, nein, danke. Die Polizei kann natürlich eine Blutprobe anordnen, ja klar, aber nur bei Anfangsverdacht und nur weil jemand jung, männlich, vielleicht dunkelhäutig ist, ist das kein Anfangsverdacht für eine Blutprobe. Genauso wie ein alter Eintrag wegen irgendwelcher Straftaten, vielleicht Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und da hört der Spaß auf. Und da hören meiner Ansicht nach Kommentare, die ich unter meinen Videos bekomme, auf, die schreiben, ja, ja, aber wenn du das verweigerst, dann wirst du erst recht in den Mangel genommen, die Zeit kann man sich doch nehmen, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, klar, habe ich nichts zu verbergen. Aber wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du auch in einer Diktatur leben. Dann wirst du auch in einer Diktatur relativ schönes Auskommen haben. Aber in Deutschland ist es mal zum Glück so, dass wir nicht in einer Diktatur leben. Und damit das auch so bleibt, wäre es schön, wenn wir alle das Grundrecht und das Grundgesetz und die Menschenrechte wieder dorthin rücken, wo sie hingehören. Ins Zentrum aller staatlichen Ziele. Und das höchste staatliche Ziel ist nicht, den nächsten Kiffer zu verfolgen oder den nächsten Ladendieb, sondern das Ziel staatlichen Handels ist der Schutz des Grundgesetzes und der Menschenrechte. Die Würde des Menschen. Und wo ist die Würde des Menschen, wenn von jedem, der mit zwei Gramm Marihuana oder mit einer Ecstasy kontrolliert wird, das Handy beschlagnahmt wird, er wird festgenommen und weitere rechtswidrige Maßnahmen, die nicht den Hauch von Verhältnismäßigkeit in sich haben. Wo ist da die grundgesetzliche Freiheit? Und das Schlimme an diesen Kommentaren, wie zum Beispiel, ja, wenn ich der Polizei die Arbeit so schwer mache, dann werden die mich eben eineinhalb Stunden festhalten und dann das volle Programm mit mir durchziehen. Das Schlimme an diesen Kommentaren ist, dass komplett das Problembewusstsein fehlt. Wie kann ich denn als Bürger eines Rechtsstaates sagen, ja, wenn du dir nicht die eine Minute Zeit nimmst, dann wirst du eben eineinhalb Stunden drangsaliert? Du Querulant! Wie kann ich so denken? Das offenbart schon die falsche Denkweise. Wie kann es denn sein, dass so viele Bürger davon ausgehen, dass es völlig normal und legitim ist, dass ich von der Polizei drangsaliert werde, nur weil ich freiwillige Maßnahmen, für die es keine Rechtsgrundlage gibt, nicht dulde? Man denkt sich dieses Beispiel mal weiter. Wie kann es denn sein, dass es ganz normal für Bürger dieses Landes vorstellbar ist, dass man sagt, okay, wenn du jetzt nicht freiwillig deinen Rucksack, deinen Kofferraum, deinen Handschuhfach kontrollieren lässt oder eine Urinprobe abgibst, dann wirst du aber richtig in den Mangel genommen. Weil in so einem Land möchte ich nicht leben. Wollt ihr in so einem Land leben? Ist es euch das wert, dass vielleicht zwei, drei Kiffer weniger in eurem Dorf rumlaufen, dass die Polizei tun und lassen kann, was sie möchte? Wenn ich auf die Straße gehe, habe ich keine Angst, dass ich irgendwo abgestochen werde oder dass mir irgendein Kiffer eins über den Schädel zieht und meine Geldbörse klaut. Was mich aber beängstigt, ist, wenn ich in einem Land lebe, wo ich weiß, dass die Polizei gedeckt von Justiz und auch den Bürgern tun und lassen kann, was sie möchte. Vorsicht! Ich werfe nicht pauschal allen Polizisten rechtswidriges Handeln vor. Aber die Denkweise und das, was wir in der Praxis mitbekommen, aus über 1000 Fällen pro Jahr in der Strafverteidigung, ist, dass es gang und gäbe ist, dass bei der Polizei teilweise Grenzen überschritten werden. Das sind keine Einzelfälle. Es ist nicht bei jedem Polizisten so. Vorsicht! Aber es sind keine Einzelfälle. Und ich kann mir die Denkweise nicht erklären, dass dann Polizisten mit ihren Kollegen im Auto sitzen und sehen, wie Menschen rechtswidrig behandelt werden. Wie sie sehen, dass Polizeigewalt vor ihren Augen geschieht. Und Polizeigewalt ist nicht nur der Knüppel auf den am Boden liegenden oder das Knie im Genick. Polizeigewalt ist auch eine Nötigung oder jemanden unter Druck zu setzen. Auch psychische Gewalt ist Polizeigewalt. Und ich verstehe nicht, wie Kollegen dann dabei sitzen, auch Anwaltskollegen von mir, und dabei zusehen und nichts dagegen unternehmen. Mir ist jeder Drogendealer, Einbrecherdieb lieber als ein Polizist, der selber im Dienst rechtswidrige, verbotene Strafbeuerhandlungen begeht und sich dabei noch gut fühlt und vielleicht denkt, er tut jetzt das Richtige, weil es ja für einen guten Zweck ist und der Zweck heiligt die Mittel. Nicht zuletzt deswegen wäre es dringend geboten, endlich mit dem Betreuungsmittelstrafrecht aufzuräumen, vielleicht sogar aufzuhören und die Mittel in die richtigen Kanäle zu lenken, nämlich für effektive Strafverfolgung, die die Grundrechte der Bürger schützt und endlich Kontrollorgane, die unabhängig sind und nicht Gerichtsstaatsanwaltschaft und Polizei, die Hand in Hand arbeiten und gegenseitig eigentlich so gut wie keine Kontrolle ausüben. Es braucht endlich eine unabhängige Stelle, die die Polizei, die Staatsanwaltschaften kontrolliert und nicht ein Polizist kontrolliert den anderen und Staatsanwalt und Gericht kontrollieren sich gegenseitig. Das kann in einem Rechtsstaat nicht sein. Bitte, ich rufe nicht dazu auf, jetzt der Polizei bei jeder Gelegenheit das Leben schwer zu machen. Aber wenn ihr mit der Polizei in Kontakt tretet oder wenn die Polizei kontrolliert, dann kennt eure Rechte und tut nur das, was ihr auch wirklich wollt. Lasst euch nicht unter Druck setzen, bleibt ruhig, gebt der Polizei nicht dadurch recht, dass ihr dann aufbrausend werdet, aggressiv oder noch schlimmer gewalttätig. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Aber lasst euch nicht unter Druck setzen und tut nichts, was ihr nicht möchtet. Ihr müsst natürlich rechtmäßig angeordnete Maßnahmen dulden, aber lasst euch nicht zu Maßnahmen überreden oder noch schlimmer unter Druck setzen, irgendwas freiwillig zu tun. Das auf keinen Fall. Und wenn ihr Polizisten seid und mir jetzt zuhört, dann bitte denkt einfach nur kurz drüber nach, bevor ihr irgendwelche Maßnahmen ergreift und versetzt euch bitte in die Lage des Bürgers. Das ist das Schlimmste.